In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr die richtige Größe des Lysana Overalls für euer Kind findet. In unserem Shop findet ihr für jeden Hersteller und jedes Produkt einen individuellen Größenberater. Heute zeigen wir euch einmal im Vergleich die Größen 62,68 und Größe 74,80. Unser kleiner Sprössling hat eine Größe von 68 cm. Die Länge des Overalls ist sehr wichtig. Zwischen Windelende und Schritt vom Overall müssen 8 bis 12 cm platt sein, sonst wird der Overall schnell zu kurz. Für unseren kleinen Sprössling mit einer Größe von 68 cm wählen wir die Größe 74,80. Der Overall wirkt auf den ersten Blick zu groß, ist er aber nicht. Arm und Beine müssen zweimal umgekrempelt werden. Die SANA Walk Overalls sind wahre Naturtalente und Temperaturkünstler. Sie sind schmutzabweisend, können Feuchtigkeit aufnehmen, ohne im Inneren nass zu werden, lassen sich leicht an- und wiederausziehen und sind atmungsaktiv. Die 100% natürliche Merino-Wolle kann überschüssige Wärme nach außen leiten. So kommen unsere Kleinen auch nicht ins Schwitzen. In der Babytrage ist es wichtig, dass der Overall in der Hock-Spreizhaltung genügend Länge im Rücken und für die Beine besitzt. In der Babytrage können die Bündchen dann umgeklappt werden, ohne dass der Overall zu kurz wird. Eine Tragesaison ist mindestens 6 Monate, daher braucht der Schritt genügend Platz zum Hineinwachsen, auch wenn der Overall zu Beginn sehr groß wirkt. Natürlich hängt es vom Baby ab, wie schnell es wächst. Und nun der Vergleich zur Größe 62-68. Die Größe eignet sich für eine Körpergröße von 60-65 cm. Hier gucken die kleinen Füße schon raus. Mit ungeklappten Bündchen in der Babytrage viel zu kurz. Auch im Schritt ist zu wenig Platz. Hier wächst der kleine leider sehr schnell raus. Für eine lange Tragedauer und viel Freude am Overall, lieber nicht zu kleinkaufen. Achtet auf unseren Größenberater. Untertitelung. Bis zum nächsten Mal.